Das alles in genau 29 Sekunden hier bei Red. Hello bei Red mit Stars, die gerade weltweit gefeiert werden. Sie kassieren Millionen, indem sie einfach nur lustig sind. Aber was genau braucht man denn eigentlich alles, um in Hollywood als Comedian ganz nach oben zu schaffen? Wer zum Beispiel dachte für seinen Erfolg immer dicker werden zu müssen und bei wem sich selbst die größten US-Stars liebend gern zum Vollhorst machen, bitte lachen. Jetzt.